So, hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun sind wir auf dem Weg, um Ellie zu retten, die bewusstlos irgendwo rumliegt. Ich hab natürlich keine Ahnung, ob hier noch welche rumschleichen. Wir müssen schon mal gleich noch die Munition hier rausnehmen. Ich knache in die Hand. Die Glocken gehen immer noch. Immer noch. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Leute, Leute, Leute. Auf jeden Fall sind wir schon mal in der Nähe, ist schon mal gut. Wo kommt der? Da kommt der Hände. Du erst brechst. Ich werde dich abfackeln, Arschloch. Was ist das? Mach doch. Autsch. Oh, du Kacke. Lade schnell das Ding nach. Ich glaube, hier kommen noch ein paar. so das war schon auch mit dieser knarre schnell wieder runter mit sicherheit irgendwo jemand vielleicht ein ax hätte ich noch einen schlag ist natürlich auch beschissen ganz ehrlich das kommt davon was anderes zockt dann auf einmal die steuerung ganz komisch ok wenn ich jetzt das verbessern hat sich das nicht wirklich gelohnt ne eigentlich denke ich mal so ich hab die drecksau und mich jetzt verletzt egal noch kann ich damit leben der scharfschützer warum hat er eingespielt den schuss überlebt kann mir das jemand mitteilen war da jemand von wo von wo von wo ouch ich sehe und höre auch nichts alter lasst mal flüchten hier von wo kommen die da hinten what the hell mal ganz ehrlich wo kommt der jetzt bitte her mein Gott oh mein Gott cool aber überhaupt nicht ist das cool hm oh geil neue axt auch wenn die andere vielleicht ein klein bisschen verbessert wird aber ich meine die ist wenn die verbessern weg ist nach einem schlag im ursch also das egal so da draußen niemand sieht mich so aus ne das ist aber auch blöd mit dem schnee stürmen da sieht man nicht mal was hier genau abgeht leute ich weiß gerade das hat sich gewohnt aber hier ging es auch nirgendwo weiter ne doch hier haben wir eine tür das was dann auch wieder mit dem messer buch buch rauchbocken verbessert alles her was wir hier haben was das schon oder wie hm 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 so jetzt muss ich doch wieder davor finde ich natürlich echt ätzend hier kann ich ja nichts machen aber vielleicht hier durch das wäre vielleicht eine möglichkeit manchmal ist hier nur ganz gering die möglichkeit da war doch jemand oder ja das ist doch schon ziemlich kalt ne ja das ist doch nicht da so Auch wie schön. Gleich ein ganzer Familienausflug. Nicht cool. Jetzt ist das Problem, dass ich den Hauptverwegse sehe. Lieber schnell mal nachladen. Da hinten ist er wieder hin. Die feige Sau. Bleib doch mal stehen, bro. Komm schon. Oh, Treffer. Ei, 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 ei. War da hinten nicht eigentlich jemand? Ich meine, ich hätte was gesehen. Das war's mit dem hier. So. Warum verliert man eigentlich keiner von den Munitionen? Die alle gaben Planck oder was? So. Ich tippe mal, dass ich da durch muss. Am besten immer im Feuer hinterher. Ich hab's ja keine Ahnung, ob das was bringt. Aber es sind wenigstens Punkte, an denen man sich orientieren kann. Was in so einem Schneegestöber recht praktisch sein könnte. Ich hab's ja keine Ahnung. Ich hab's ja keine Ahnung. Rucksack. Ey, ist die Rucksack. Schön, schön, schön. Scheiße, ich würde sagen, das schreit nach der Schrotflinte. Guck mal, sogar Kühlung, hoffen sie. Da steht es dann bestimmt auf und ja, hallo, Leute, was hätten sie gerne, hätten sie ein Stück Arm, Moment. Kranke Menschen hier. Oh Scheiße, Halli. Da drin ist sie. Da ist sie drin, hol sie raus, los hol sie. Hol sie. Den habe ich aber vorhin woanders abgestochen, den anderen da, nur mal so. Zur Information, was liegt denn da unten? Oh, Biermesser. Muss ich das selber lenken oder krabbeln die von allein? Nein. Okay, sieht ein bisschen von allein aus. Ah, oder doch nicht, ich weiß, ich glaub doch nicht so. Au. Äh, Assi. Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay aufzugeben. Es ist keine Schande. Alter Assi, du. Guck mal her, ich geb den. Schläge. Liegt rechts. Ach. 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 Das ist mein Stil, oder? Alter, was meinli. Du kannst es auch decken. Leck mich! Ich bin's. Hier. Ich bin's. Er wollte mich. Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Alter Scheiße. Aber das sieht man jetzt den Typ nicht mehr. Ich will das glaube ich gar nicht sehen. Ist ja leicht gestört, die Alter. Ja, das reicht. Weiter runter muss es nicht. Ja. Einiges besser. Oh, Frühling. Yeah. Yes. Alli. 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 Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Okay. Schön, mitten in der Stadt. Wirst du die Brise, ne? Ich sag dir, an solchen Tagen hab ich immer draußen gesessen. Gehen wir zum Krankenhaus. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Amen. Bye.